Ich war 20 Jahre jung und mit dem festen Plan, eine große Künstlerin zu werden, nach Paris gekommen. Tug man vom Boulevard Saint-Germain in die Rue du Dragon ein, kam man zu der kleinen, aber weltweit bekannten Librierie Caligram von Fritz Picard. Menschen jeglicher politischer und künstlerischer Richtung, Herkunft und Nationalität. Die Begegnungen und Gespräche mit ihnen erweiterten meinen Horizont geradezu explosionsartig. Ein Spektakel für die, die ihre Augen nicht in der Tasche haben. Meine Augen hatte ich noch nie in der Tasche stecken, aber in Paris wurden sie weit und weiter, groß und größer. Wollt ihr ein kleines Kurs de Pop? Aller in der Rue und schauen. Die Magazin und die Publikation. Sie werden pop, 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 pop.